Riesentransfer der Ethereum Foundation Die Ethereum Foundation transferierte fast 100 Millionen US-Dollar in Ether auf die Kryptobörse Kraken. CEO Aya Miyaguchi erklärte auf X, dass der Transfer Teil ihrer Finanzverwaltungstätigkeit ist und keinen Verkauf bedeutet. Die Foundation hat ein jährliches Budget von etwa 100 Millionen US-Dollar, das hauptsächlich aus Zuschüssen und Gehältern besteht. Teile dieses Budgets müssen in Fiat-Geld umgewandelt werden. Regulatorische Komplikationen verzögerten jedoch die Finanzgeschäfte in diesem Jahr. Arkham Intelligence berichtete, dass große Transfers der Foundation in der Vergangenheit oft Kursveränderungen bei Ether vorantrieben. Die Foundation verfügt aktuell noch über 750 Millionen US-Dollar in Ether. Der Spot-ETF-Handel in den USA könnte ein weiterer Kurstreiber sein. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.